Dann haben wir unsere Aluminiummodule um ein weiteres ergänzt, nämlich das U408.de, die Aluminiumstütze. Damit können wir die beiden gebräuchlichsten Formen Krag- und Pendelstütze abbilden. Wir können im Auflagerbereich noch zusätzliche Randbedingungen vorgeben, nämlich wenn es sich um Dinge geht, die Verdrehung, Torsion mit aufnehmen, dann brauchen wir ein Gabellager und wir haben auch die Möglichkeit, eine Wölbeinspannung vorzugeben. Belastungsarten sehen wir hier, das sind eigentlich die üblichen Verdächtigen. Wir können Einzellasten, Streckenlasten, Block- und Trapezlasten innerhalb des Stabs angreifen lassen und natürlich am Kopf vertikale Normalkräfte Biegemomente Einzellasten. Das Ganze auch am Fuß können wir auch noch mal eine Einspannung mit realisieren. Wir haben auch die Möglichkeit, Windlasten aus dem 031.de zu übertragen und natürlich einen Lastabtrag einzuführen. Materialquerschnitt, alle Alummaterialien. Hier noch mal zur Erinnerung, man wählt zuerst die Produktform. Das ist, wie wurde das Profil hergestellt, dieses Strang gepresst oder eben auf irgendeine andere Art und Weise. Denn nur für bestimmte Produktformen sind bestimmte Legierungen überhaupt geeignet. Das heißt, wenn ich die Produktform kenne, dann kann ich mich für eine mögliche Legierung entscheiden und am Schluss dann noch für den Zustand der Legierung. Das heißt, wie wurde die nachbehandelt, wie wurde die Legierung hergestellt. Die Profile, die wir haben, sind alle unsere Profile, die wir aus dem Stahlbau kennen und zusätzlich natürlich noch selbstdefinierte Profile, die wir mit dem P200 Aluminiumprofile erzeugen, im Profilmaker herstellen können oder uns anlegen können. Da können wir uns eigene Reihen machen. Wir können ganze Tabellen anlegen von bestimmten Herstellern beispielsweise und das geht mit ganz wenigen Handgriffen, hat man so ein recht komplexes Profil abgelegt und hat es sich für die Baustatik dann zur Verfügung gestellt. Das Modul rechnet nach Spannungstheorie zweiter Ordnung, ähnlich wie das U355 DE auch. Der Unterschied liegt jetzt hierin, dass es andere Regeln gibt, wie wir die Vorverformungen, die Imperfektionen anzusetzen haben. Hier haben wir es mit einer Stütze zu tun, das heißt, wir haben es mit Vorkrümmung und Schiefstellung in der Regel zu tun. Im Vergleich dazu beim U355, da geht es eigentlich nur um die Vorkrümmung, weil das ein Träger ist. Da geht es um die seitliche Auslenkung. Hier ist es um eine Stütze, da geht es eben darum, steht es schief oder ist es in sich auch nochmal gebogen. Je nach Knickklasse haben wir dann unterschiedliche Werte einzuhalten. Am Ende kriegen wir eine Querschnittsklassenermittlung. Also wir teilen das Profil, wie ich gestern schon mal gesagt habe, in eine der Querschnittsklassen 1 bis 4 ein und können dann einen Spannungsnachweis führen nach Theorie zweiter Ordnung. Hier sehen wir den Nachweis der Vergleichsspannungen und eben auch einen Verformungsnachweis im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit.